Unser Gurkerllift ist wieder da. Mit dem praktischen Aufzug lassen sich Oliven, Gurkerl, Zwiebel, Pfefferoni und Co. ganz einfach und problemlos aus dem Behälter fischen. Der Deckel ist wie bei allen runden Produkten von Taperware, Luft- und Flüssigkeitsticht verschließbar. Wie funktioniert das Ganze? Ich leere hier mein Glas mit den Essiggurkerl hinein und wenn ich dann eben Essen und die ausnehmen möchte, kurz auf die Seite drehen, die Flüssigkeit rinnt nach oben und die Gurkerl, Pfefferoni und Co. liegen im Trockenen. Damit ich nicht mit einer beliebigen Gabel dann hineingreifen muss, habe ich hier noch ein Spießchen versteckt, mit dem ich sie sozusagen aufspießen und dann genießen kann. Zum Wiederverschließen einfach leicht drehen, wieder nach unten sinken lassen, Deckel drauf und ab mit dem Gurkerllift in den Kühlschrank. Und jetzt haben wir ihn zum absoluten mega spitzen Sonderpreis. Ab einem Bestellwert von nur 70 Euro kann ich ihn mir statt um 30 Euro zum halben Preis um 15 Euro mitbestellen.